Für die Registrierung bei der Kooperationsplattform der Landeshauptstadt München öffnen Sie in Ihrem E-Mail-Postfach die Nachricht mit dem Titel Erstmalige Registrierung. Sie enthält Ihren Benutzernamen und einen Link zur Benutzerverwaltung. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse an und klicken Sie auf Weiter. Sie erhalten eine Mail mit Bestätigungslink. Erstellen Sie nun Ihr neues, persönliches Passwort. Es muss aus mindestens zehn Zeichen bestehen und Groß- sowie Kleinbuchstaben und Ziffern oder Sonderzeichen enthalten. Wiederholen Sie das Passwort in der Zeile darunter und klicken Sie auf Passwort ändern. Sie haben Ihr Passwort erfolgreich festgelegt und erhalten eine Bestätigungsmail. Sie können sich nun anmelden. Falls Sie Ihr Passwort bzw. Ihren Benutzernamen vergessen haben sollten, helfen Ihnen diese beiden Schaltflächen weiter. Wie Sie die Kooperationsplattform bedienen, erfahren Sie im Video Navigation auf der Kooperationsplattform. Mehr Informationen zu den Online-Services der Stadtverwaltung München erfahren Sie unter www.muenchen.de www.online-services